Was macht die Deutsche Musical-Akademie? Warum soll man Mitglied werden? Was wollen wir überhaupt? Das kann man heute Abend hier sehr gut sehen. Ich stehe im berühmten Theater des Westens und hier ist heute eine Premiere von Alma, dem Musical der Stammzellenformation. Stammzellenformation, kleine pfiffige Gruppe, immer neue Stücke. Sowas, was man in New York als Off-Broadway bezeichnen würde, aber heute im Foyer des TDW. Unten tanzt morgen wieder Mamma Mia. Was lernen wir daraus? Die beiden Welten gehören zusammen. Es geht ums Musical in Deutschland und dafür ist die Akademie da. Wir wollen uns austauschen über die Themen, die uns alle bewegen. Was ist los? Was passiert? Und warum? Und wer das wissen will, der muss Mitglied werden.